Halli, hallo, hallöchen, wir sind wieder Fußballspielen, bei Autoballspielen und diesmal sogar mit Ranglistenwertung, weil wir so geil sind und das Spiel ist total großartig beherrschen. Die letzte Folge war ja so gut, dass wir gedacht haben, ja uns kann keiner schlagen, da machen wir doch mal Rangtspiele. Aber das war ja jetzt eigentlich erdlich. Das war jetzt, wenn wir das mal passen, ich bleib finden. Einer von denen scheint AFK zu sein. Dann bist du nicht bewegt. Ich habe aber das Gefühl, ihr wisst, was wir machen. Da kommen wir hier, die machen Saltos, dann mitten in der Luft treffen. Ja, das müssen wir uns auch manchmal. Ich bin hinten. Da brauchst du dann aber kein Tor. Ich glaube, ich glaube, nein, ich war. Ja, ich war immer drumherum. Ich dachte, bei so Randlisten spielen, da spielt man erst mal gegen Leute, die ungefähr unternehmung haben. Ja, ich vermute, das dient ja zu Beginn der Einordnung, ist eigentlich immer bei diesem ganzen... Achso. Ich bleib hinten in Online-Rang-Modi und dann spielst du halt vielleicht erst mal auch gegen Stärkest, auch mal gegen Schwimmbristen und je nachdem, wie du insgesamt abschneidest, danach richtet sich dann vermutlich dein Ausgangswerk. Ja, der hat schön selbst rausgehauen. Ja, echt, der hat ja nichts drauf. Oh. 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 Beizufarbe. Siehst du, den Ball habe ich auch in der Luft getroffen. Ja. Wo ist das kein Tor geworden? Hm? Hm? Aber sie waren ab. Also erst warten sie nach fünf Sekunden und diesen Rippen schaffen sie nicht beizuhalten. Ja, genau. Wir sind im Aufwind. Ja. Ja. Noch ungefähr zehn Stunden. Wir machen auch unser System. Also ich stehe ja vorne, konnten beide brauchen. Gehen doch. Ich springe erst mal dann vorbei. Wow. Nee, guter Pass, guter Schuss. Wow. Danke. Okay. Ich glaube, das ist ein echt gut. War überhaupt kein guter Pass und kein guter Schuss. Es ist einfach ein schwacher Gegner. So sieht es nämlich aus. Ja. Guter Schuss. Danke. Ich bin hinten. Ja. Ich bin hinten. that's. Ganz egal. Eigentlich sah mein Sprung gut aus. weit ein bisschen hoch ja keine ahnung wie so ein ball ab werden soll ist alles nur glück ja wir haben ja auch gekaufte autos ja eben immer ein ball in die nähe deren tor und wir haben sie nicht reingemacht sich schlecht aber habe ich doch extra ein kleeblatt oben auf dem auto ja guck mal wenn wir solche bälle versuchen weiter zu leiten an der wand dann fliegen die immer irgendwo hin und wenn wir es machen dann fliegt er die richtung wohin soll der stand ja schon fast das war wahrscheinlich das problem ich kann das von das jetzt nicht so wie ich hab da nichts gelernt ich bin so schlecht die werden keine 20 tore schaffen sagst du in hinten mal wieder dran vorbeifahren weg damit weg 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 wir müssen die einfach mit unserer unkonventionellen spiel taktik verwirren okay so zum beispiel damit rechnet keiner weit vorbei falls einfach nur stumpf gegen den anderen dann nehme ich ihn aus dem spiel ja parade die haben anderthalb minuten kein tor gemacht und geht noch weiter weit weit weg auch dafür gibt es eine errungenschaft ja ich hier echt gekauft keine revanche kann man das überhaupt nicht aussuchen ich kann glaube ich einfach gleich ein neues spiel versuchen wir also noch mal und denken dass das einfach nicht war also die sind ja ich werde das noch nicht angezeigt ich werde sofort wissen ja so gut könnten wir aufwärts nein dafür bin ich nicht auch wenn wir jeden tag 20 stunden und jetzt einen trainer besorgen ja eben das war das was ich jetzt bin nicht engagiert genug meinte hatten wir diese arena schon mal die kommt mir neu vor also nicht schlecht was schon denn hier ist wieder frei hat das nicht stecken blöd wir haben 23 ja ja auf den rängen da hüpfen eier auf und da sind auch die dränge und da sitzen eier drauf in so einer eck tribüne war das genau gesehen martin kann da rein machen sie da kann es bestehen jetzt im hintergrund wahrscheinlich der familie von schattungsdienst bums oder fische als beide partie also wenn die dritte runde auch so wird wenn die zweite runde auch so wird dann spielen wir die dritte nicht renkt aber einfach die dritte noch mal schnee paradies aber ihr hattet vorhin gesagt die sind die alle total schlecht die hier sind er hat das gesagt ihr ja das sind ja auch die die nicht renkt spielen weil sie so schlecht sind so wie wir da ist jeder ball kommt jeder bei kontakt ist so die witz was die wache das ist doch das ärgert mich das ist auch was sie was ich mache nur dann box für mich oder das auto macht nicht das was ich bin hinten aus dem wofür das spiel überhaupt nicht erstmal meine ausrede in Ja, bin da von hinten aufgebrochen. Ja, sehr gut. Ja. Ja, der schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Natürlich. Habe ich das jetzt auf Versehen angenommen? Der verwirrt mich beim Spielen, nur deswegen gewinnen sie. Das ist deren Taktik. Ja. Ja. Ja, man wird da wirklich mit der Zeit auch so ein bisschen sprachlos leider. Ja. 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 Deine Mutter war, deine Mutter. 99% aller Fälle springe ich zu niedrig. Es sei denn, er ist mal da, wo ich ihn erreichen kann, dann springe ich zu eh. Ah, an der Decke kriege ich ihn nicht. Und Tor. Nein. Das ist wenn die das Tor trefft. Hier, Parade. Parade. Jetzt geht's ab. Und du fasst in der Nähe dessen, äh, deren Tor. Naja. So, und jetzt machen wir ein Tor. Kommst du auf diese Idee? Weil wir in deren Hälfte waren. ... ... ... Ah. ich bin hinten können uns auch mit drei leuten jetzt vorstellen jetzt spielen wir ohne das bringt nichts ein spiel über uns also noch zwei die sind der daran liegt sehen wir im teams gegen reden ich bleibe nicht hinten aber wenigstens habe ich einen kaputt gemacht sehr gut wir haben das ist ja besser geworden ja ganz knapp ich habe die mindestpunkte erhalten zu kriegen ich habe eine kiste bekommen gut aber wir gehen ans hauptmenümen machen dann glaube ich eben noch eine sache ganz genau das wollen wir noch machen ich aber ohne was man ohne extra muss auch das spiel verlassen um die kids ach so da muss man sich schlüssel kaufen so von her ist das so ist ja dann weg damit ich möchte gern im schnee spiel ungewertet ich glaube da kannst du auch gar nicht gewertet spielen das ist möglich schon gewundert warum bekomme ich eine kiste ja weil die schlüssel nicht dabei sind glaube ich kann das war ähnlich da jetzt bleibt immer noch irgendwas im chat ich glaube es ist immer noch die einladung von dem typen ich habe dann irgendeine taste gedruckt bis es weg war ja ok deswegen weiß ich nicht ob ich es angenommen oder abgelehnt hatte in meinem bestimmen ist es ja sonst nicht allzu schwer leute aus seiner freundesliste wieder zu entfernen habe ich zum glück noch nie machen müssen eine spricht ja auch sonst nix also hat sie noch drin behalten was hätte jetzt außen gemacht wenn wir jetzt gegen die gleichen spielen würden ja nur weil der hat ihn wieder in der luft so komisch angenommen ist schon oben oh oh hat ihn vorbei geheizt ach schade ist ja gut aus also habt ihr nicht gesehen oder wo hingeht aber die richtung hat gestimmt das ist ja schon mal was ich komme nach die letzten partien er war noch kein tor einbekommen ja die schlecht nein mein fehler da sieht man das jetzt auch einer sekunde zu tun ja so geht das wir haben wieder ein tor gemacht ja das war nämlich ein super platz spiel da von uns kurz was spiel nach attacca bleibe ja ja Da dachte ich, der Ball kommt anders auf. Also geht anders. Bleib hinten. Egal, mit dem ... erst mal ... Mist, Achtung, komm wieder. Sauber. Nein. Uhuhuhu. Sauber. Sauber. Nein. Nichts. Sauber. Nein, das kann nur ein sein. Nee. Okay, jetzt müssen wir uns mal anstrengen. Ich bin hinten. Wow. Nein! Warum? Ähm. Ja. Tut mir leid. Das war ... Aber ich habe eine Vorlage gemacht. Ja. Sehr schön. Da ist eine gute. Dann hat sie mich super ausgespielt. Ja. Euch beide. Schön fähig. Ich glaube, jetzt hat er das Spiel ... Ich glaube, zu Beginn kriegst du einfach schwache Gegner. Also, damit man nicht sofort nach einem Spiel aufhört. Ja. Die haben auch geradeaus angefangen. Wow. Jetzt hauen sie aber rein. Ja. Ja. Vielleicht fleren wir höher als bringt. Aber wir haben Tor gemacht. Ja. 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 Aber ich hätte ihn ... Ich hatte eine bessere Position, um ihn zu schießen. Ich dribble jetzt mal ein bisschen. Ja. 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 ich bin hinten was macht denn der da? wow ah komm, immer nicht 2 Stunden äh, ist noch nicht vorbei 3, 2, 1 ja, alles easy gut ja, ich würde sagen, bei all den Videos, die es bisher bei uns gibt ist das, glaube ich, das mit der schlechtesten Leistung, die wir jemals hatten ja, passiert wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ja, genau